Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Dank, Elie. Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube. Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein kurzes Intro, weil ich mache das in letzter Zeit nicht mehr so oft. Aber es ist wichtig, damit ihr das versteht. Sidney, Willi, Rohat und ich. Heute coole Videoidee gehabt. Und zwar hatten wir, oder Willi hatte die Idee, besser gesagt. Dass Willi und ich mit entweder Rohat oder Sidney zusammenspielen. Wir haben das gelost und es ging um 50 Gift-Subs pro Kopf. Wir haben Duo Cash Cup gespielt. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Sehr coole Idee, wird bestimmt öfter kommen jetzt demnächst. Ihr könnt gerne alle ein Like auf das Video da lassen. Würde mich freuen. Ich denke, das wird auch gut ankommen. Ganz wichtig, lasst ein Abo umsonst da. Es ist für euch kostenlos. Dann verpasst ihr keine Videos. Und wir haben diese verschissene Million dieses Jahr im Kopf. Wenn ihr das Video seht, bin ich schon in Paris und versuche gerade meine Beziehung zu retten. Ich werde einen Stadion-Vlog machen. Den seht ihr morgen über das Spiel Real gegen Paris Champions League. Und ich nehme noch einen Vlog auf, wie so der Tag in Paris ist mit meiner Freundin. Das wird dann auch kommen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich gebe mir sehr viel Mühe mit YouTube, dass hier Daily Content kommt. Und ja, das wollte ich dazu sagen. Lass ein Like da. Kostet nichts. Lasst ein Abo da. Kostet nichts. Viel Spaß mit dem Video. Schreibt einen netten Kommentar. Einfach sowas wie Edigos. Keine Ahnung. Coole Sonnenbrille oder so. Scheiße, weiß ich nicht. Irgendwas Nettes. Top. Folgender Plan. Ich hole jetzt hier im Epischen. Dann spielen wir gleich du, Cash Cup. Sidney, Willi, Rohat und ich. Wir machen Zweier-Teams. Wer mehr Punkte holt, um Gift-Subs. Aber ich will eigentlich schon viele Gift-Subs spielen. Gut, Willi, ich los jetzt die Teams. Sidney ist Kopf, Rohat ist Zahl. Ich spiele jetzt mit demjenigen zusammen und du spielst mit den anderen. Mütze werfen. Happy Weinstein. Drei, zwei, zwei. Wer ist dein Kopf? Sidney ist Kopf, Rohat ist Zahl. Happy Weinstein. Drei, zwei, eins, null. Kopf. Ich spiel mit Sidney. Sidney und ich gegen Rohat und Willi. Um 50 Gift-Subs, by the way. 50? 50 Bulettis. Ja, ich weiß nicht, woher 50 Gift-Subs sind. 50 Buletten, es geht um drei. Nein, 50 ist zu viel für mich. 50, Niklas. Niklas, du hast letztens 25 gegen mich gewonnen. Ich glaube eh, dass wir gewinnen. Komm, wir machen es so, wenn wir verlieren, Willi, ich mache 75 und du musst dann nur 25 machen. Alter Schwede, was ist denn hier los, Digga? Okay, 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 okay. Ich spiel mit Willi. Willi muss ich adden. Das ist ja so ein Vorteil, wenn du mit drei Millionäre kennst, ne? Wenn du was? Ja, dann lebt, wenn man drei Millionäre von euch kennt, dann geht es einem auch mal leicht hier im Discord, ne? Was ist los? Ich glaube, ich muss auch Rappi-Steamer werden. Was ist denn hier los, Rohat? Erzähl mal ein bisschen. Chat, ihr müsst mich auch immer auf den Laufenden halten, wie es bei den anderen läuft. 50 gibt es, aber wie viel ist denn das? 200 Euro, ne? Ja. Okay. Wir brauchen gute Rotations. Aber das Wichtige wird sein, wer auch Gegner trifft und so. Bei mir sieht es nach Tankstelle aus, schaffte Tankstelle. Ja, bei mir ein scheiß Drop und da landen welche Sidney, was soll ich dir erzählen? Da landen übelst viele. Ich schaff das nicht. Ach du Scheiße. Ich bin One-Shot und ich bin Schotze. Ach, ich habe ja nur 20. Das ist weiter, man. Mann, Digger. Da waren ganz schön viele. Das war eine Quatsch-Runde. Weil das beide sind direkt. Das war eine verquatschte Quatschigkeit. Ja, aber da sind halt noch. Digger, wegklingelt. Oh nein. Die Frau muss jetzt kurz draußen stehen bleiben. Kann ich nichts dafür. Ja, die Frau, die ist schon. Ganz kurz. Ich mache kurz auf. Habt ihr ihr Erstkills gemacht, ne? Cashkampf? Digger, Willi und ich haben fast nie Kills. Wir hatten nach 10 Runden zusammen als Team 5 Kills oder 6 Kills oder so. Hi, Melina. Melo. Fröhlichen Valentinstag zurück. Was kannst du dir aussuchen? Ich bleibst du selben? Ah. Ich muss dir, dass beide für dich bist. Nein, nein, nein. Das ist dein Valentinstagsgeschehen. Danke, danke. Cashkampf. Melina, ich muss arbeiten. Ich spiele gerade einen Cashkampf um 50 Giftsabs gegen Rort und Willi. Ich muss mich konzentrieren. Ich mache Spaß. Willi wird sitzen in einen Tee. Das andere ist Gorgonzola. Das eine ist Spaghetti. Aber Gorgonzola heiße ich nicht. Welche ist das Gorgonzola? Melina, ich muss arbeiten. Ich muss spielen. Ja, ich muss essen. Nimm, was du willst. Ja, welches ist Gorgonzola? Pssst, das ist nur gerade. Das siehst du noch. Nein, was sieht man nicht? Das ist Gorgonzola. Das ist mir. Nimm das. Nimm das. Ich will das, was nicht mit Käse ist. Ja, das da, das Linke. Ich will das, was nicht mit Käse ist. Nee, das ist gemein. Das Linke. Jetzt mal ehrlich. Ich muss mich konzentrieren. Es geht hier. Es ist kein Spaß hier. Hast du einen Cashkampf? Ich ziehe gleich mein Fortnite-T-Shirt an. Du darfst doch keinen Schritt machen. Ich mach gar nichts, ich halte die Luft an. Ich halte die Luft an. Du kannst ganz leise im Motor gehören, ne? Ich halte die Luft an. Lass dich über dich ergehen. Oh, Valentinstag übrigens. Danke, wir auch. Sei nicht super, man sich nicht schweißig. Ich bin jeden Tag gut zu dir. Ich brauche nicht so einen Tag wie Valentinstag. Es ist wie Muttertag. Brauche ich nicht. Okay, langsam vorarbeiten. Ja, ja, ja. Wie eine kleine Biene. Wie eine Ameise. Wie eine Ameise. Wir können mehr tragen als eigentlich unser... Ja, genau. Sind die immer noch in der ersten Willi-Endgame? Ich kriege einen Rabbel. Ja, warte mal. Wenn wir hier auf den Berg kommen würden, wäre krass. Dick, ich laufe hier einfach komplett durch. Ja, ja. Lass mich hinterher. Lass mich hinterher. Ah! Alles gut. Boah! Die haben mich gelasert. Ich kann die nicht bauen wegen dem... Ich kann nicht bauen wegen dem Ding. Ich werde nicht gepusht. Ich konnte nicht bauen wegen diesem scheiß Lastwagen. Kannst du aufmachen? Die haben 10 Punkte geholt, die erste Runde. Oh mein Gott, wie schnell ich bin. Die ganzen Trapiegel. Hilfe! Show-Rotation-Punkte, ja? Das war's. Unten. Vielleicht steht noch irgendjemand. Hä? Hä, wo waren denn da was? Was sind wir gekommen? Top 15 sind wir gerade gekommen. 2 sind hier. Hier kommen nochmal 4. Tresor sieht früher aus. Das sind auch Rifts, das ist das Gute. Also wir können uns verkrümeln, am schlimmsten Fall. Schießen die auf dich? Sie hütten mich einfach. Boah, ich fühle mich so wohl in diesen Büchenshit, ey. Du kannst dir das nicht vorstellen. Oh, lecker, 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 lecker. Oh, wie ehrenlos die sind. Einfach, wenn jemand rebooten will, man kann einfach beide holen. Wir müssen aber auch ein paar Kills machen. Ja, am Ende kommt das. Ja, 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 wie die 17 Punkte. Aber die sind in der zweiten, wir sind in unserer dritten Runde. Einbauen, dann einbauen. Ja, ja, wenn die uns jetzt sehen, dann wissen wir, dass wir Idioten sind. Kato ist nicht bei euch drin. Hier, 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 ich hab ihn in der Lunter. Ich könnte ihn in der... Ich nicht. Ich mach's nicht, aber ich soll's wissen, dass ich könnte. Ich bin Sidney für Rüberrennen gleich mit Chili und dann ein Turtel. Ich würde jetzt laufen. Okay. Du musst mir sagen, wo. Keine Scratch. Ich hoffe aber, dass du nicht von oben geblieben bist. Da hinten sind Aufreiz. Ich hab keine Muni dafür. Ich hab keine Muni. Oha. Oha. Oh nein. Hier vielleicht. Rein, rein, rein. Rein, rein. 50er. 23er Blue, 23er Blue. Da liegt noch ein Flopper vor dem. 22er Blue, er hat Angst vor mir. So ein Pulledback, so big. Oha. Wir sind drin. Ich bin glibschig. Up to front, so. Up rein. Nice. Ist ja nicht hinter mir. Haben noch einen. Wah. Mach was du denkst. Ich hab einen. Boah, hier ist noch einer. Mach was du denkst. Mach was du denkst. Gute Runde. Ich hab einen geholt. Digga, wir haben 20 Punkte geholt. Wir haben 21 Punkte geholt. Junge, 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 Junge. Boah, ich bin eine flache Flonder. Da geht jemand hin. Da geht jemand hin. Was machen wir? Ich würde sagen, der Ort. Okay. Oh, oh. Das ist white, das ist white. White? Dann pushen. One shot, one shot. 3 18er. 3 18er. Ding ist, sein Mate könnte gleich kommen. Sehen. Schön, schön, schön. Oh, sehr schön. 3er. Können wir nochmal fliegen? Oh, da sind welche, sind nicht. Da geht's weg, 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 weg. Wir könnten auch zu diesem, da ist doch dieser Bug, weißt du noch? Wo man die nicht holen kann? Ja, stimmt. Digga, sterben gerade keine. Wir machen gerade keine Placement. Jetzt werden gleich viele sterben. Ja, und jetzt direkt die nächsten hinterher. Und über schwimmen. Wie viele Punkte habt ihr? Wir haben 34 Punkte. Wie viele haben die anderen gehört? Wie viele Punkte haben die anderen? 28. Wenn, da sind welche, da sind welche. Ich hab sie ganz genau gesehen. Die sind im Busch. Okay, dann gehen wir schon mal nicht dahin. Dann ja, dann weiß er was da. Er ist im Busch gegangen. Er ist im Busch gegangen. Oh, Digga, der eine von denen ist One-Shot. Bitte lass uns einboxen. So wie vorhin. Und ein bisschen mal rausgucken. Ach du Scheiße. Die waren im Versteck. Ich geh hoch, geh hoch. Weit ihr? Ja, einfach jetzt noch so zwei, drei Punkte mitnehmen. Die sind über uns. Sollen wir links lang, hier hoch? Ne, warte mal. Wo ist die nächste Zone? Wir müssen rechts. Wir können wieder ins Haus vielleicht. Okay. Und auf geht's. Ampett? Wo ist es? Ich find es nicht. Ich seh es nicht. Ja. Hier ist einer tot. Hier ist einer tot. Können wir den Loot holen? Hier sind Spidey's. Spidey's, hier ist Spidey's. Spiel für mich. Ich hole einen. Ich hab sechs Spidey's. Kannst du zu mir kommen? Ne. Ja. Wie kann ich noch leben? Ich steppe hier durch die Gegend. Nein, 80er Blau hab ich ihm sogar gegeben. 80er Blau. Was ist mit dem los? Die dachten, du bist ein Pro. Punkt, 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 Punkt. Top 11 wieder. Boah, du hast halt gar kein Boom Life. Boah. Bleib ruhig. Fünf Minispray. Ja, 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 ja. Oh. Oh. Lass das Ende weg. Ich bin schon angerufen. Ja, du bist der Beste. Du bist der Beste. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Du hast Metz, du hast Metz. Du hast einen guten Metz. Ah. Oha. Zeig, Lipschick. Okay, 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 okay. Super Punkte. Digga, was ist das? Ich könnte an. Super Punkte. War die Welt zwei, geht's? Super Punkte. Digga, ich bin einmal Sydney, als du rübergerannt bist, ich bin da so selbstbewusst mit 60 Leben über die halbe Metz gelaufen und die haben mich nicht angeschossen. Ganz quer rüber gelaufen. Ich denk so, ey, wie lange lebt ihr denn noch? Zwei richtig krasse Runden gehabt. Sehr gut, dass wir so lange überleben, das ist richtig komisch, Chad, eigentlich, ne? Also, weil selbst dieses Überleben ist nicht so einfach. Mann, Digga, ich hab zweimal welche angefragt, dass ich die einen nicht bekommen hab, das war so traurig. Das eine war so big, dass wir durch das Haus gehen konnten, sonst wären wir so tot gewesen. Wir haben so auf uns Auge gemacht. Oben auf dem Berg sind welche. Ich hab ein Jump Pad gefunden. Die haben genauso viele Runden wie wir gerade, wir haben 13 Punkte mehr. Ich kann ja Menschen riften oder? Du musst aufpassen, hier, wo ich markiert hab, waren auch welche. Soll ich dir helfen oder wegrennen? Waren wegrennen. Ich versuche zu zweiteln. Die haben mich gesehen. Ich hab einen gelasert. Der eine schießt auf dich. Den anderen auch gelasert. Ein Match, ich hab nichts. Bei dir sind welche. Digga, ich hab beide so... Verpiss dich, verpiss dich. Ich kann nicht, ich kann nicht. Digga, es leben noch 80 Gegner. Es ist, einfach niemand ist gestorben. Digga, warum, es stirbt ja, es stirbt ja niemand. Ist es hier auch, ist es skill-based matchmaking oder was? Das ist so eine Pro-Lubby, ja. Aber ein schlimmes Schwerzstrecken. Oh, ich könnte den einen so lasern. Mach Auge. Soll ich's jetzt, ne? Wo? Hier. Oh, oh. Wir sind stromabwärts. Richtig. Die treffen mich, die treffen mich vor mir. Ja, ja, on me. Hilfe. Hä, wo waren die? Oh mein Gott. Der als Spider-Man, der pusht dich um sein Leben. Ich bin abgroßer. Nice. Hä, wo war denn, Chat? Kommt die Runde an, Digga. Hilfe. Ja, bei sowas haben wir keinen Chance. Da kriegt man auch keine Taste-Mits. So, grad eben, wo wir neunter waren oder so. Das war ja schon stackt. Wir wären der 25er gewesen. Aber das war auch schwer, die Runde. Sag ich dir ehrlich. Spannend, von Polo-Lubby. Da war ein Safe-Poster. Holpriger Start, Chat. Ich hab halt, ich hab ne Pumpe und ne Sniper. Hier sind sie. Oh, ich kann den eigentlich snipen, ich weiß die ganz genau. Boah. Aber es geht hier um 200 Euro. Oh, da geht ne, da geht ne Schillichote hin. Ne verrückte Schillichote. 86. Oh, oh. Oh, noch mal ein 86er. 2 86er. Also dafür, wie die Runde gestartet ist, sind wir relativ okay. Upa. Ich kann mich angeben, aber Diego hat sich neben meinem Kopf gelegt. Genau neben meinem Gesicht. Er hat sich gar nicht gekuschelt. Wie findest du so unseren Weindienstzeit bis jetzt? Cool? Ähm, ja. Ja, natürlich. Haha. Na und? Die zwei sind Peils auch echt stolz. Ich bin ja, wie sie morgen in Paris. Sag doch mal deine Freundinnen. Ob die morgen in Paris sind. Ich glaube nicht. Okay, na. Die fliegen. Oh, wir könnten lasern. Zwei Stück. Eine, 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 eine. Sollen wir? Sollen wir? Warte, auf den, auf den. Eins, zwei, drei. Nice, 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 nice. Ja, ey. Nice, 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 nice. Der eine war unaufmerksam. Der hat die Stress im Discord. Bobby, was machst du denn, Junge? Sehen wir uns in der Grotte. Unten drin. Im Stromkanal. Digga. Ich seh uns da. Ich seh uns da auch. Lass da hin. Guckt euch das jetzt an. Digga. Das ist der größte IQ-Play, den es gibt. Das ist der. Die können uns nicht holen. Weil du kannst, du kannst uns nicht holen. Solche Breaker sind wir. Oh, die sind hier close. Guck mal, die können uns nicht holen. Siehst du? Wir müssen aber am Ende von der Zone. Jetzt kommt die Zone. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Sie schießen uns ab? Oh, doch jetzt. Kommst du hier hin? Ne. Ich bin bei. Ich bin. Scheiße. Doch, schaffst du, oder? Lass uns so nur dann einboxen. Okay, wir könnten Franken, Sidney. Wir haben Digga. Inder schießt. 21er Blue. Hier unten sprayen, Sidney. Warte, wir müssen eigentlich hier holen. Hier, die müssen rein. Guck mal, hier unten drin. Siehst du? Ja, er ist hier. Er hat uns gesehen. Guck mal, wie eklig. Guck mal, wie eklig du siehst. One-shot. Ah, ich sch- Sidney, one-shot. One-shot, one-shot. Spray. Erst one-shot. Ich hab ihn. Okay. Okay, 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 okay. Guck mal, break. Mit Schein, Schein, Schein. Sidney, hier rein, hier rein. One-shot, one-shot, one-shot. End-zone, in die Zone. End-zone. End-zone. In der andere Richtung. Oh. Okay, hier. Ich hab nur für Muni. Ich darf nur nicht, nur nicht hier. Mit Spideys, Spideys. Komm. Ich hab einen Terror, ich hab ihn gut gemacht. Ich mach hinter uns zu. Ich brauch dich nicht mehr. Ich muss schälen. Hier, hier, hier. Hinter ihm. Scheite, Scheite, Scheite. Flashies, Flash. Und launch. Sidney. Sind nicht drin. Hä? Wo ist die Zone? Bei die, bei die, bei die, bleib dich, du hast sprayt, du hast sprayt, du hast sprayt. Was passiert hier? Was passiert hier? Das musst du auch nicht. Mach das, was du durch dich hältst. Ich bin tot. Digga, wow, 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 wow. Digga, wir haben 56 Punkte. Geil, 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 geil. Nein. Digga, das ist so hektisch. Das war so hektisch. GGs. Wie viele Punkte haben wir gemacht? 14 Punkte wieder. 14 Punkte. Wir wurden 11 da mit 2 Kills. Willi und Rohat haben 46. Das ist auch nicht schlecht. Da landen 2. Gänliche Optionen. Gänliche Optionen. Landen die welche? Ja, ja. Weiter geht's. Mach 14,30. Sind wirklich alle in Paris, ne? Amar, du, ich. Sydney, Sydney, Sydney. Auf die Kopf. Lass weg. Kannst du weg? Ich bin tot. Mann. Ich hab' nicht geschossen. Wir haben 46 Punkte, wir haben gleich viele, wir haben gleich viele Runden gespielt. Wir müssen nur auf die Zeit gucken. Ist hier ein Kater? Ja, da ist irgendwo einer. Der kratzt irgendwas hier rum. Was machst du? Der kratzt hier wie so ein Dulli. Diego, hör auf hier irgendwelche Sachen anzukratzen. Digga, ihr wisst immer gar nicht, wie ich mich fühle, wenn ich angeschossen werde in Endgame. Ich, ich spanne alles an meinen Arzt und alles ist es so. Das ist die Wahrheit. Okay, gleich gehen die Points, gleich gehen die Plates los. 52 Punkte an die Welt. Super weit Dienstag. Ja. Sydney, wir gehen mit der Zone. Die Runde ist richtig free. Wie schön, dass du dich so freust. Das ist gar nicht. Vollidiot. Die 54 Points macht uns keine Angst. Wir haben 61. Ich liebe Bücher, ich liebe Bücher über alles. E-Mail. Außer Alter. Guck's an. Guck's an. Guck's euch an, Chef. Da bin ich. Ich tauch nochmal ab. Ich tauch nochmal ab. Ab geht's. Und oben. Und Zone, was sagst du? Hä, warum bin ich nicht so hoch? Hier, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Wir müssen jetzt Punkte machen. Willi wird gleich sterben. Er macht gerade gute Punkte, der Wichser. Mannheim, 60 Punkte. Ja, ich seh's. Mannheim, Tod, 60. Hier sind welche? In der Tanken sind drinnen. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Übrigens Personal Record. Geknackt. GGs in den Chat. 64 war der Rekord mit mir und Willi. Die kommen mit den Dingser. Zittnis, sprays, 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 sprays. Da links, 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 links. Oh. Die sind scheiße. Ich schwör's dir. Spray da rein. Hier sind welche. Direkt nehmen uns. Minis. Minis. Brauchen wir die? Brauchst du die? Ja. Kannst du. Eins. Zwei. Drei. 23er Blut. Ja. Das, das, das. Ich seh hier so viele Feinde. Auf dem Berg, auf dem Berg. Oh Gott. Wow. Es ist... Es ist unglaublich. Hier auf Punkte. Top 10, Top 10. Digga, Legends of Gold hat mich geholt. Was? Digga, die haben... Oh. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Geh nur auf, geh nur auf Punkte. Top 10. Gut, okay. Nächster Punkt. Oh mein. Mann, Sabat, Digga. Egal, 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 egal. 73, ne. 71 Punkte. Wir haben noch zwei Runden, ne? 19. Oh, Mann. Wie viel hat Mannheim? Doch, Digga. Es wären nochmal drei Punkte gewesen oder so. Egal. 61 Punkte haben die anderen. Kann auch, wenn hier keine sind. Wenn hier welche kommen, können wir auch unten bei Spideys. Da kommen auf jeden Fall... Hier macht jemand absoluten Sturzzug. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin bei Blau. Ich hab doch markiert. Okay, warte. Ich komm da hin. Ich kann da hin. Habt ihr grad das gesehen, wie Smart? Gib mir mal Minis. Eine Runde? Was? Nein. Nein. Was? Gleiche Runde? Nein, 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 nein. Hier kommt jemand. Hier kommen welche. Hier sind welche. Oh, oh. Oh, oh. Spider weg. Warte, ich hab Spider. Hier unten sind Spideys. Ich... 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 Ich will nur mehr leben. Die sind close. Die sind so close. Die schießen mich ab. Die schießen mich ab. Von zwei Seiten. Komm hier, komm hier. Ich kann nicht... Okay, ja, ja, ja. Boah, Digga, die... Alter. Stecken. Das ist wieder so eine Stacked Lobby, glaube ich. Vorletzte Runde, Judd. Ja, aber unsere ist auch eigentlich steckt. Rotform. Sobsuch sind dort. Sie sehen uns. Nein. Geh zurück. Warte, hier sind Autos, hier sind Autos. Da ist eine Bremsette dran. Was ist? Da ist so ein... Der ist abgeschleppt worden. Ne, der andere geht. Nein, auch nicht. Oh, ne. Hinter dir. Oh, mein Gott. Ich hab schon geblieben. Relativ close. Wir haben Spideys. Wir haben Spideys. Du hast Spideys, ich nicht. Oh, fuck. Geh weg. Ich mach Meter. Hast du keine Meter? Du musst das Ding ohne mich spielen. Du musst es doch nicht ohne mich spielen. Sidney, geh weg. Boah. Einmal ein bisschen mehr drin. Einmal ein bisschen mehr drin. Wollen ihr mich verarschen? Ah, hab. Ich brauche, ich brauche. Hinter uns sind welche. Nein. Nein. Digga, aber wir wurden von mehreren abgeschossen. Ah. Das waren nicht die, die uns die ganze Zeit verfolgt haben. Das waren zu viele. Wie viele Punkte hat Mannheim? Bei denen geben nur noch 42. Wir haben acht Punkte Vorsprung. Wenn die jetzt schon Top 20 haben. Die stehen jetzt gleich im Brick. Und dann... Ja, ja. Aber guck mal. Das ist besser, dass jetzt... Die können nicht mehr so viele Punkte machen. Weißt du, was ich meine? Der ist Top 20. Hm. 64 Punkte haben wir vor denen. Die sehen schon gebrochen aus. Ich habe deren Stream auf. Noch ein Team down. Dann kriegen wir Punkte. Punkte. Ab jetzt wird es wichtig. Jetzt Sidney... 10 Minuten... 5 Minuten überleben und das Ding ist durch. Kann ich auf mich pushen? Kann ich auf mich pushen? Irgendjemand schießt auf mich? Anderes Team? Sidney hinter dir! Ja, ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich brauche einen Auto. Ja. Geh wieder rein. Und schwarz aus, dann schwarz aus. Mann, Digga. Das sieht nicht so aus. Digga, was wollen die denn? Rein da. Und weg. Ah, so kann ich anhelpen. Mann, Digga, das war ein Safe-Stream-Snapper. Die Genos sind direkt ausgestiegen. Aber wieso, wieso, warum waren die so krass schnell, Digga? Wir gucken da zu, Chat. Er schlägt das größte Auge der Welt. Geh vom Finish. Für den Finish, ich job die Splashies. Ich job die Splashies. Ich job die Splashies. Zitni, hörst du mich noch? Gejobbt. Ich hab ihn geholt. Ich hab ihn geholt. Der kommt jetzt zu mir. Der Splashies, der nimmt. Der kommt jetzt links rum. Der ist links rum. Der ist hier. Der will mich finishen. Oh ja, will ihn noch. Der will mich finishen. Du machst ihn weg, ich mein das ernst. Du machst ihn weg. Die haben beide Dings an. Verloren. Dieser Epic Games Mitarbeiter, der diese Pump erfunden hat. Ich schwör's dir, ich wünsche dir das. Aber war ein gutes Spiel, muss man sagen. War spannend. Jungs, aber wirklich GG. War spannend. Digga, so ey. Wir wurden auch am Ende. Hanson, falls du mich hörst, Digga. Ich schwör's dir, es ist Weihnachtstag. Aber morgens auch am Tag deine Schwester zu drücken. War ich so ernst. Willi mit 50 verschenkten Subs an die Community. Niki. Ich wollt grad 75 abschließen. Nein, nein, nein. Lass, lass, lass. Danke für 50. Vielen Dank für den Support. Wir wurden einfach einmal fliegt. Digga, ich hasse diese Heavy Pump. Wenn einer vor dir steht, ist es so schwer einzupreffen. Hat nicht geltet? Ja. GG, aber GG's. 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 Ich will rüber wissen. Dann ist es jede Woche machen. Ja, bin Multimillionär. Wir waren... Ey, Digga, hätte Roat ein, zwei Runden alleine hätte er früher in das Kommando gegeben, dass er Late Game vielleicht... Er hat einmal so big auf Top 8 reingeschwitzt. Das war so gut. Wie viele Kills? Wir waren auf High-Ground einmal, Sidney. Roat war ganz oben. Wie viele Kills hattet ihr? Wir hatten aber auch nicht so früh, ne? Ich glaube, ich hatte drei oder vier. Ich glaube, es hatten ja auch drei oder vier. Boah, ich will nicht lügen. Vielleicht. Ich hatte zwei oder drei. Roat auch zwei oder drei. Wir sind ja nie krass auf Kills gegangen. Wir auch. Bis zum nächsten Mal.